Ich bin hier beim schönsten Lauf-Event der Schweiz an meinem Lauf-Event in Saarne beim Sitzleit Marathon Live. Es ist super gelaufen, viel besser als ich meinte. Ich habe es wirklich geschafft, ohne Halt alles durchzusetzen. Ich bin von daher mega stolz. Ich habe die schnellste Zeit gemacht, schneller als ich sonst im Training bin. Also wirklich bis jetzt bin ich. Es ist ganz wichtig, dass man sich ein Zwischenziel setzt, weil wenn man trainiert, kann man irgendwann starten. Das muss nicht jetzt sein. Bei diesem 4km Lauf musste man in diesem Moment starten, wo der Startschuss fällt. Mit einer Startnummer, mit Leuten drumherum. Es war sehr wichtig, dass Christoph und Nico das auch mal vor dem Silvesterlauf erlebt haben. Ich habe es mir härter vorgestellt. Aber mit dem Trainingsplan, den wir von Victor Hugo haben, ist es wirklich gut gegangen. Man wollte die Kondition aufbauen. Ich bin heftig schneller geworden, als es früher der Fall war. Yeah! Ich kann mich an meinen ersten Lauf überhaupt erinnern. Das war auch hier in Saarne, beim Schülerkross. Und ich bin grossig nervös an der Startlinie gestanden. Aber ich habe mich natürlich eine riesige Freude, als ich es geschafft habe. Mehr als die Trainer sind nach der Saison 14.15 zurückgetreten. Vielen Dank! Vielen Dank!